Hallo, ich heisse Seraina. Heute präsentiere ich Ihnen den kompakten, zweiportstapelbaren Videosplitter von Trendnet, Modell TKV201S. Dieses handliche Gerät klont oder wiederholt das Sichtfeld Ihres Computers auf zwei weitere Monitore mit gestochen scharfen Bilder und einer Auflösung von 1920 x 1440 Punkten. Egal ob Sie ein Geschäftseigentümer oder ein Hightech-Gamer sind, wird Ihnen das Gerät eine beeindruckende Bildqualität liefern. Im Lieferumfang enthalten ist ein 1,85 Meter langes WGA-Kabel, das Sie an einem Computer anschliessen können. LED-Anzeigen auf der Vorderseite vermitteln den Gerätestatus. Duplizieren Ihren Computermonitor mit dem kompakten, zweiportstapelbaren Videosplitter von Trendnet, Modell TKV201S.